Wir machen jetzt einen Schokokuchen mit Nüssen, Zucker, Kakao, Mehl, Butter, Eier, Sahne. Dazu ein Schuss Whisky, da wächst auch Aromen, da wächst auch Vanille. Und drauf kommt dann, nach dem Fertigbacken, schöne Erdbeeren, ein schöner Baiser und als Beilage ein kleines Erdbeeregut, weil wir einen Frühling haben. Mein Name ist Tom Heinzle und mein Beruf ist Grillen. Wir sind hier in meiner Outdoor-Küche. Wir haben hier verschiedene Grills stehen. Natürlich auch einen Outdoor-Chef und das ist so meine Spinnwiese über das ganze Jahr. Wenn man mich sucht, findet man mich hier in der Outdoor-Küche. Sauber! Lebe keiner, der den Grill direkt nach dem Griller putzt. Meistens sitzen Leute da und fangen nicht an den Grill zu putzen. Aber bevor ich anfange, wird der Grill zuerst auf Vollschub gedreht, dass ich eine Pyrolyse habe, dann kann ich die Krusten schön runterwürsten. Und jetzt ist es alles sauber. Wir putzen unsere Grills zu viel. Dort, wo das Grillgut oben liegt, das muss sauber sein. Aus drumherum ist wichtig, dass sauber schön ausschaut. Aber wenn da etwas Patina oben ist oder unten etwas Asche liegt oder so, das spielt ja gar keine Rolle. Das kann man so zwei, drei Mal im Jahr mit so einer Grundreinigung alles sauber machen. Aber so wie der Grill jetzt ist, ist schon für mich sauber. Das ist jetzt so Universalmehl, wo ich fürs Brotbacken probiert habe. Das ist eine Mischung Weizenmehl 00 und Typ 405. Das ist so mein Alltagsmehl. 80 Gramm Backkakao. Das ist bei uns seit, glaube ich, 100 Jahren jetzt. 80 Gramm. Dann brauchen wir noch 350 Gramm Zucker. Die sind süße Kuchen. Dann 300 Gramm Haselnüsse gerieben. Jetzt haben wir noch 200 Gramm Backkakao. Seid ihr bereit? Dann legen wir mal los. Da ist schon einmal das Mehl rein. Drei Eier. Eins. Zwei. Drei. Dann haben wir gleich auch die Nüsse dazu. Zucker. Der Hane. Gleich ein Schuss Whisky. Kakao. Und von der Butter. Starten wir jetzt erst mit der Rauchbutter. Dann haben wir die dazu. Die klebt schön. Und jetzt, wenn man sie ansticht, schmeckt sie wieder rauchig. Und feuerfrei. Das ist mit der Butter und streichen wir mal den Hatschofen schön aus. Gussdörfer haben ja die Überbezeichnung Hatschofen. Und ich arbeite wirklich wahnsinnig gern mit Guss, weil man einfach eine viel schöner Hitzeverteilung hat, als wir mit dieser Stahlpfanne. Das ist ganz zufälligerweise die Autoschef-Gusspfanne. Und den habe ich wahnsinnig gerne bei uns im Kuhnbacken. Oder so ein kleines Arbeiten. Das ist zufällig, ist das ein Produkt von Autoschef. Das finde ich echt gut. Ich habe das richtig gern. Jetzt kommt der Teig ins Spiel. Und jetzt sind wir natürlich draußen gekommen. Jetzt merkt man, die ganze Sache ist nicht so geschmeidig. Drinnen im geheizten Raum, bei schönen Wetter kann es jeder. Das muss man jetzt irgendwie glatt streichen. Ungefähr überall die gleiche Höhe herkriegen. Zum Backen fiegt sich in die Form nicht nur Butter, sondern auch Mehl. Das beste Mehl wäre natürlich Rockenmehl, weil Rockenmehl hat praktisch keinen Kleber drin. Ich backe wirklich nicht gern. Und das kommt jetzt auf der Dual Chef. Bei indirekter Hitze, ca. 200 Grad, ca. 30 bis 40 Minuten. Und jetzt geht es auf der Dual Chef. Indirekter Hitze, ca. 200 Grad, ca. 40 Minuten. Läuft hier. Läuft hier. Hier läuft er nicht. Hier läuft es. Hier läuft es. Da läuft gar nichts. Also ich bin kein großer Freund von cremigen Kuchen. Ich bin eh so ein Freund von trockenen Kuchen. Aber der hat meistens zu trockenen Geschmack. Darum Schokolade, Whisky, Butter, Nüsse. Kann man nichts falsch machen, glaube ich. Der wird schön, irgendwann. Jetzt hat das Ganze etwas Wärme angenommen. Man sieht schon aus, fängt schon zum Brutzler. Und jetzt mache ich den Bräter zu, dass ich von oben eine schöne, kleinmäßige Hitze raufkriege. Der wird 30 bis 40 Minuten dauern. Das ist so. Das brauchen wir für so einen Kuchen. Der ist schon recht flüssig. Ja, 220, 240 Grad. Indirekte Hitze, ganz wichtig. Da haben wir die Erdbeeren herrichten. Und da haben wir schon die ersten Erdbeeren von uns hier aus dem Rheintal. Und jetzt mache ich noch ein kleines Erdbeer-Ragout. Passend zum Frühjahr passt die Erdbeeren natürlich am besten. Weil im Frühjahr hat man nicht so viel Obst, das man verarbeiten kann. Das ist mal Erdbeere und ein Rhabarber. Aber ein Rhabarber ist natürlich, das mag nicht jeder. Und ich mag jedes Obst quasi gern. Alles außer Rhabarber. Rhabarber finde ich furchtbar. Jetzt nehmen wir da etwas Basilikum, weil das Schöne ist immer die Mischung Frucht und Kräuter. Und Basilikum passt jetzt einmal wunderbar zu Erdbeeren dazu. Jetzt nehmen wir da frisches Basilikum. Hack das fein und misch das danach mit etwas Zucker unter die Erdbeeren. Und rühr es mal durch und warten, bis der Zucker schminzt und der Erdbeere etwas Feuchtigkeit entzieht. Der Zucker schminzt dann langsam mit Erdbeeren. So eine leichte Flüssigkeit. Dann habe ich so etwas Schönes mit Erdbeeren und Basilikum. Und wer mutig ist, kann ich noch vor dem Servieren etwas Pfeffer drüber streuen. Denn es ist richtig geil. Und was auch sehr gut als Solo-Pfeffer rübergepasst, wäre ein indonesischer Langpfeffer, der etwas erdig ist. Der Zucker schmilzt und entzieht der Erdbeere etwas Flüssigkeit. Dadurch wird der Geschmack von Basilikum auch etwas stärker. Wenn ich da dran rieche, rieche ich auf viel Geschmack. Jetzt machen wir einen Stäbchentest, ob etwas kleben bleibt. Aha, es klebt nichts. Juhu. Jetzt holen wir das Ding herunter und lassen es leicht abkühlen. Ich habe mal Kuchen gebacken. Jetzt lassen wir den Kuchen etwas auskühlen und machen uns den Baiser, die Verzierung auf den wunderschönen Kuchen. Zwei Eiklar. Eine Prise Salz. Und jetzt lassen wir den auf Vollgas schaumig. Jetzt kann der etwas gut auskühlen. Ja. Denk jetzt schaut es gut aus. Jawohl. Hält. Hahaha. Da ist schon Lüge. Jetzt machen wir uns ein schönes vierjähriges Stück und das wird nachher schön verziert. Der könnte man jetzt aber noch etwas mehr auskühlen lassen. Wir sind jetzt auch schon ziemlich mutig, aber ich rieche die Aromen vom Whisky hier raus. Der ist schön saftig durch die Flüssigkeit. Ja. Und jetzt gehen wir noch ein wenig indirekter Hitze auf den Grill, dass der Baiser schön hart wird auf dem Grill. Kuschieren wir rüber. Dann rieche ich noch nicht auf den Teller an. Jetzt haben wir da ein paar Silikon. Epp im braunen Zucker. Ich lege mir das Ragu so schön an hier. Drei Minuten später. Ein schönes Frühlingsdeseer. Schokoladekuchen mit Haselnüssen, jede Menge Rauchbutter, Sahne, Mehl, Eier, schöner Zarbitter, Kakao. Dazu ein ganz zarter Schuss Whisky für die Aromen. Darunter haben wir ein tolles Erdbeer-Basilikum-Ragout und oben einfach Erdbeeren, geviertelt an Baiser mit reichlich guter Zucker und das noch einmal kurz überbacken. Das ist richtig schön geworden. Ich habe richtig selber eine Freude. Schokolade, Erdbeere, passt super gut. Erdbeeren liebe ich. Und wenn man es noch einmal in einer Kräuternote mit dem Basilikum noch etwas aufbimmt, kriegt man ein ganz besonderes Gericht. Das wird heißen Dömmes Frühlingstraum. Das ist echt gut. Das Erdbeer, Schokolade, Whisky und Basilikum im Mund so gut harmoniert, hätte ich nicht gedacht. Das ist ein Traum. Das ist eine neue Welt für Dessert wieder. Ich freue mich schon. Das werde ich noch einige Male machen dieses Jahr. Sehr gut.